Hallo Nation, wir haben Neuigkeiten über Sancho. Aber zunächst einmal, wenn Sie ein treuer Fan von Borussia Dortmund sind und mehr Informationen wie diese möchten, empfehle ich, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, da ich alle Neuigkeiten verfolge und sie hier aus erster Hand auf dem laufenden Hals sind. Zurück zum Thema. Was mit Jadon Sancho nach der laufenden Saison passieren wird, ist noch offen. Allerdings könnte der Engländer seine Chancen erhöhen, auch in der nächsten Saison weiter für den BVB zu spielen. Seit seiner Rückkehr zum BVB auf Leihbasis von Manchester United zeigte Jadon Sancho unregelmäßige Leistungen. Der 24-Jährige zeigt ab und zu seine Qualitäten, liefert aber nicht konstant Höchstleistungen. In seinen elf Spielen für die Aure Negros gelangen dem Flügelstürmer bisher nur zwei Tore und zwei Assists. Allerdings versuchen die Dortmunder offenbar aktiv, Sancho über die laufende Saison hinaus im Kader zu halten. Laut Sportbild gibt es für den BVB allerdings eine Grenze, was die mögliche Ablösesumme angeht. Dem Bericht zufolge könnte Sportdirektor Sebastian Kehl noch rund 30 Millionen Euro verdienen. Damit Sie keine Informationen wie diese mehr Flecken hinterlassen, hinterlassen Sie ein Like auf dem Video, damit YouTube weiterhin Videos für Sie teilen kann. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit Sie keine Neuigkeiten von unserem Team bemerken. Und das ist eine Umrüstung und ein Abschied.